1000 Follower geschafft bei Twitch Hey, hi guy, what's up? How are you? Очень хорошо, äh tibia? тоже хорошо Ah! Ahoy, ich begrüße euch zum nächsten SoloQ Video Und wir werden auch direkt anfangen Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich bei der Reihenfolge bleiben möchte Und demzufolge müssten wir heute das 2 zocken Und wir fangen auch direkt an Ich habe mich diesmal, ich bin ehrlich, nicht warm gespielt Ich war das Wochenende auch bei Unge Und, äh, ja, kam positiver Kommentar Freue ich mich jedes Mal Dankeschön Ich sage jetzt keine Namen Ja, war ich bei Unge und habe auch mit anderen Mäusen gezockt und so weiter Demzufolge, also eigentlich bin ich total raus Aber mal gucken, ob ich diesmal drücken kann Im letzten Video ging es sehr gut ab So, schauen wir mal, was wir machen Das 2 wird auf jeden Fall interessant Und ich hoffe, dass ich auch ein Team bekomme, die einigermaßen mitspielen Wo es einigermaßen klappt Ich möchte auch wieder versuchen, euch möglichst viele Informationen zu geben Von dem, was ich denke, was ich so, ja, in meinem Kopf habe Und schauen wir mal, ob wir hier auch gut was drehen und wenden können Als Team-Mate So, also erstmal fühlt es sich sehr viel schöner an, mit der eigenen Maus wieder zu spielen So, ja Ich wollte nicht runterfallen Das war ungewollt Das war ungewollt, höh, höh Seitdem ich mal bei Simon war das Wochenende und das davor habe ich immer mit Unger und ungewollt Meine mega coolen, tiefgründigen, geilen Scherzer Also ich habe jetzt schon gerade so ein bisschen Ganz viele wussten Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist Wir müssen wieder versuchen Eine positive Stimmung hinzukriegen, ja Wie beim letzten Mal, Leute Aber jetzt ist es kein Wettbewerb, sondern die Russen mit ihren Kindern. Danke. Schön. 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 Ich sage immer die selben Sprüche. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo mein Freund. Hallo. Hallo. Ich liebe dich. Wir spielen zu lange. Danke. Danke. Danke mein Freund. Ich liebe dich. Danke viel. Ich liebe dich. Das ist schon laut. B. 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 sehr gut bis hier ist jetzt wenn sie belohnt als gestärktes und es mit mittels so erschrocken ich habe mich gerade so beglatt angestellt hatte ich habe gerade erst auf mein teammate schießen wollen weil das gesehen haben der da stand und für das team ballern und hat dann das gerafft das ist bei der rechtsstand der position getauscht wie das gemacht haben gerade das weiß ich nicht ich bin sollte aber gut aber gut wir haben die runde geholt ich war mal wieder wie anfangs nicht so gut ich meine anderen sich gerade ist eigentlich ungestreamt nicht mehr passend garry 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 ja пошел на b короче у меня a's вышел они в пятером вышли я против беркутов играл короче они в пятером вышли я мхедов надавал у меня a's уже а поле на за я пошел от ох он о ох это war nicht gut da muss er mir auch den raum lassen und mich spielen lassen das ist nicht clever von ihm da sich einfach einzudrein zu drängen oder passiv bleiben damit die kursi jetzt mal safe ist und auf short von weit hinten gucken finde ich ist egoistisch von ihm scheiße ich glaube wir hatten ja schon geplant ich habe schon mal gelandet ich weiß nicht ob ich was es wegen geld ja 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 ich gehe ja ja du geh ja ja du geh wir rauf mal kurz short noch ab als passives elementum wenn du zuerst oder teespawn die reden halt so fucking viel russisch tun wir mit die nicht 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 und auch nicht gedacht dass sie so durch rennen so spätestens jetzt ich weiß gar nicht ob die so krasse waffen hat aber ich kaufe mit einem vier die welchen mit dem vergönnen 4700 habe ich noch also es vom geld her ist es schon okay reicht komme ich mit hin anfangs wie gesagt wieder gute stimmung gemacht gute stimmung zu machen mit damit einfach die kleinen russer mit dem gut gefühl reingehen ins game das kann schon viel ausmachen sachlich betrachtet muss ich einfach versuchen es gibt immer leute die spielerisch sagt nicht betrachtet einfach versuchen gut zu drücken meine teammates einfach motivationstechnisch stark bleiben es gibt ja mal leute die er emotional auf gewisse situationen reagieren und es gibt leute die er sachlich auf gewisse situationen macht es keinen sinn ich hoffe ihr vertippt was ich meine jetzt probieren was ausgegeben das war ja auch ganz das war mal ob die dauer für dafür anfällig sind jetzt der gewappt ist der typ der gerade auch carried nicht 4 4 das war echt schlechtes englisch na 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 nageme ребят du 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 Bratane, wie ist das? Ich habe mich verletzelt, wenn ich mich verletze. Er hat sich nicht auf der anderen Seite. Ah, ich bin schon auf der anderen Seite. Ich bin schon auf der anderen Seite. Das ist gut. Auf der anderen Seite. Bombe ist down. I'm watching window. Einfach aus dem Standpunkt betrachtet. Dass er gerade so meint, jetzt holen wir die Runde und ich mach das. Weil der jetzt vielleicht motivationstechnisch total im Keller ist. Voll die Mindgames, die ich ja starte. Was ist los heute mit mir? Das ist das, was ich nämlich meinte mit dem Video von Beeperboy. Was ihr, ich denke mal, wenn ihr das Video heute seht, gestern gesehen habt. Hoffentlich. Dass ich einfach voll der Taktiker bin und versuche immer die Leute schon mit Mindgames tierisch abzufacken. Zwei sind von denen schon Bots. Einer hat Legs. Das ist für die nicht ideal, sag ich. Das ist mal so einfach. Äh, ja. Dann komme ich jetzt halt sitzen und was schönes erzählen. Das letzte Wochenende war mega geil. Generell, die letzten Wochenenden bei Unge im Stream da, bei dem 30-Tage-Marathon mitzumachen und damit zu zocken. Ich habe noch ein paar kleine Sachen, die ich rausschneiden werde. Also ein paar Szenen, ein paar Videos. Ich werde noch ein kleines Dankes-Video machen. Ich habe 1.000 Abos geschafft. Ich habe auch 1.000 Follower geschafft. 1.000 Follow? Nein. 1.000 Follower geschafft bei Twitch. Hello name. Hey Sehr gut suited. Und du Qué? Auch wenn du bist. Oh! ängergent Rzdrow. Virgoral oder sinnств? Ich the prefer tours such as Counter Strike. 正ös. Nein, 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 nein. von similar ich höre Listening auch was ist richtig oder falsch so typisches schul das war jetzt schade war auch unnötig da war ich ein bisschen zu locker drauf er hat schon gesagt aber ich habe es nicht beachtet muss ich sagen ich habe es ein bisschen ignoriert wird da aber schon keiner schort kommen wir werden schon wieder lang gehen maybe you trade me your knife to check this Nein, 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 nein. Ich gebe ihn zurück zu dir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wie viele Beleidigungen da gerade kommen, aber... Ja, ein Pawn. Ja, ein Pawn, ein Pawn. Ich habe ein Op für dich! Nur für dich! Es ist mein Schwer total retardiert mit sich nur zu spielen, aber... Ich weiß, viele, viele Leute von euch hätten jetzt gesagt, ich möchte einfach und spiele mein eigenes Ding. Ich halte das aber für... Wenn man am Gewinnen ist, halte ich für die falsche Variante. Außerdem ist es ein bisschen lustig. Wenn man am Gewinnen ist, halte ich für die falsche Variante. Da so abzublocken und die Leute direkt... ...zumuten. Ja, bitte gehen. Ja, bitte gehen. Das war wirklich kein Problem. Aooo, Serjezja! ihrer Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, nicht viel gemacht, aber dadurch, dass ich den unteren Bereich gekleert habe, also die Tarnals und so weiter, habe ich meinen Teammates ja versichert, dass da keiner ist. Also ich weiß nicht, ob die so weit mit der Karte spielen, aber da ist es manchmal in meinen Augen einfach wichtig zu pushen, einfach zu sagen, ich gehe jetzt drauf, um es aufzudecken. Dann spiele ich lieber so, dass ich sage, ein bisschen Risiko und mache klare Verhältnisse, als zu sagen, ich spiele nicht Risiko und man kommt nie in die Pötte. Das finde ich mal tierisch nachvollziehbar. Ich glaube, ich hätte weiter links werfen müssen, die war rechts, also müsste die nicht ganz perfekt landen. Komm, komm, komm. Ich sage nicht ganz ideal, habt ihr gesehen? Ja, das ist zu weit links vom Suicide und daher... Nicht hier. Ah, fuck. One push me mit. He is gone back to mid doors. On the left, be careful. Nice. Ah, ich fühle mich gerade wieder glatt an. Mann! Leute, 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 Leute. Das erinnert mich. Wir machen es, meine Leute, ja gut. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal... Das ist ja gut. Was ist gut? Weil ich gut russisch kann, nein. Ähm... Nu, 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 nu. Ist doch schon wieder einer rausgegangen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Disconnect hatte. Oh. Das chillig. Ist das chillig. Oh yeah, man. Das war echt chillig. Das war echt chillig. ich würde gerne drücken aber ich komme nicht mehr zu meinen siemens machen alle schon platt das ist voll und cool das ist irgendwie glaube ich eine kurze runde keine keine coole runde für euch zu sehen aber vielleicht könnte ich meine mein games ein bisschen ein das ist doch Ich komm, ich will jetzt auch mal einen Kill machen, ich glaub zwar ein bisschen Risiko. Mit Yentiem Bolli-Bollier oder so, ich weiß nicht was das heißt. Hm, der ist schon mit dorthau, Mann, ja. Das ist ja schon mal so. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. Hier ist ja schon mal ein paar Mal. Ich möchte euch mal einbekommen. Das ist ja schon mal einbekommen. Hello María, Hello party I am on YouTube. Ne? Was ist so gut? Oh. Okay. Das sieht aus nachnach... Oh Gott! Das war bloß ein Bot. I do zombie dépend Ich dachte gleich, ich kiego mich selbst... indem ich die HE falsch werfe und mich selbst kille oder so. Ich werde echt ein bisschen so oh 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 Gut. Nehmen wir die AWP mit. Das Geld ist da und Jaja hat das Geld. Wir brauchen ein paar andere K Todos. Kannst du mir die AWP gucken? Bustanit ist, zu. Ich bitte desㅋㅋ Bustanit ist, zu. Hallo. Buster, 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 buster. Ah so schnell… Jetzt muss ich noch einen M4 kaufen weil der Typ die AWP nicht in den Wupfen hat. und ich zu den leuten die fach gegeben wollte diese brauchen davon ausgehend dass die damit ja auch gerade gut drücken ich bin dann voll so ein teamspieler in sein teamspieler leute bin ich teamspieler ich bin teamspieler oder wenn ich schon die blöds oh oh mdp 90 und gibt mir lobob fuck you oh man name was doch zum kratzen yeah can someone drop me in m4 please uh i gave from zeus i need more kill you need drop i need all m4 thanks i got i got gut ich jetzt hier ist einfach mal so sind sie halt könnte sein dass er demnächst außerdem immer das klicken hat meiner struktur weil ich mir jetzt demnächst eine mechanische besorger ja habe ich wohl ein paar wüscht kkkk ja gut da habe ich noch mal ein paar geht immer man muss man dazu sagen man muss das zu sagen ich muss für mich sprechen positiv positiv ich habe positives tats also es ist nicht so als würde ich jetzt total der versager sein ich kriege doch keine kids ab weil ich total die rumrenne und den haufen länder ja 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 man muss immer so ein bisschen das positive sind ist ja nicht so gut ah ja hier habe ich noch mal erwischt aber oh nice shot last palman pirash nice nice oh yeah oh yeah how do you like it how do you like it how do you like it so ein 16 1 ja schon da ist gewesen dann würde ich den zwei wirst du nicht so gut dann halt so kann du mich wieder aufhören und dann bitte mein Freund du willst mich nicht mehr du willst du mich nicht mehr du willst du mich nicht mehr woher ist dein Geld mein Freund ich habe YouTube Geld ich habe kein Geld Geld das war so bescheuert aber lustig einfach nur lustig wow ich wollte es schon am an ich muss mich nicht so dem nicht schmecken lassen ich habe das nicht ich glaube aber zwei sind auf jeden fall schott um mal kurz bei dem da short short Es ist einfach hier, Mr. T. Die gehen B. Vielleicht mit. Ich kann nicht mit. Definitiv. Oh shit. Oh ey, mit solchen Waffen. Wenn ich mit solchen Waffen geholt werde, immer ja. Dann fange ich mal an, im Spiel zu zweifeln. Wenn mich Leute mit solchen Waffen töten. Wenn ich mir was so sage. Jo. Ah, nein, 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 das war zu cool. Das war zu lässig. Das klappt doch nicht. Letzte Runde jetzt auf jeden Fall. Ha, ha, ha. Hat er geschrieben. Oh, ja. Das ist immer so der Gedanke. Was macht man selber, wenn man merkt, man ist jetzt nicht der Top-Fragger und holt ja alle Kills. Äh, meine Auffassung ist, wenn man selber jetzt schon nicht total rockt und die ganzen Kills holt, auch wenn die ein bisschen aggressiv spielen und dadurch wahrscheinlich auch sehr viele Kills holen und auch Strange Waffen. Ich bin nicht der Meinung, man sollte einfach versuchen, die Team-Motivation zu stärken oder die Motivation der anderen komplett runter zu drücken. Und da kann man dann halt dumme Sprüche bringen. Wenn man dann als der Lowballer, sag ich mal, letzter Platz und wichtigste Person und solche Sprüche bringt, ich glaube, dann kann man den Gegner vielleicht schon ein bisschen doll aufregen. Weil die sehen ja dann so, oh, der letzte Platz hat große Frösse. Und wenn man dann auf einmal auch noch drückt, das ist dann so, ja, motivierend und für die Frust wäre. Ein Moment. und jetzt können wir das noch richtig schön ausbauen NICE TRUY NICE TRUY WUT DETER STAH, STAHROWA SPASIBA, PASZALO STAH DAAA 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 ACHUTE SMOKING UNDET GRIZNE HALDE Die Alpen hier sitzen, das war auch klar, dass die sitzen NICE 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 TRUY Ditto, one moment, I will go ahead Let me go ahead Take your knife I'm sorry I'm a problem Last knife, go knife Bresi Na wo ist er denn? Ich bin noch ein bisschen low Ah ja, der war da Wollte ihm jetzt aber auch nicht meinen Kill geben oder so Deswegen, da bin ich dann lieber Da sag ich mir lieber dann lieber nicht sterben Dann macht's ein anderer teammate Und denen kommt das so vor, als wäre man so unsterblich Ich übertreibe es ein bisschen, aber so Man würde so, man kriegt keinen Tod Wenn man möglichst wenig stirbt, dann denkt man immer so Ich krieg nicht einen Kill, ich krieg nicht einen Kill Und dann wären die halt richtig mad Ich weiß, heute übertreibe ich ein bisschen mit den Mindgames Aber es hat sich in der letzten Zeit Bei mir Doch sehr, sehr dolle bewährt Dass das alles so klappt Die Smoke war richtig schrottig, eigentlich auf der Kiste landen Oh fuck Oh fuck Oh man, ich hab verrissen Habt das hier gesehen? Ich hab grad, äh, als er kam, Maus nach links gezogen Ach mann Okay, es geht mir grad nicht Und mit Bekervo Hey, Plank Erste Tu und Tu Vielleicht ist das Spiel auch gleich vorbei Dann Ist das halt so Der eine Nadi hat nicht ein Kill Oder ich werde aber Team Kill gemacht hat in der Zeit Aber hat nicht ein Kill Das ist so richtig mies Das ist richtig richtig mies Nice Guys Nice Guys Well done Haben sie gut gemacht Aber da war ich jetzt wenig wichtig Sag ich jetzt mal so, ne Sag ich jetzt mal so Tja So einfach kanns gehen So schnell kann eine Runde vorbei sein Ich bin mal auf die Ränge gespannt noch Das wäre mal noch interessant zu wissen, was die Ränge hatten Die waren Ja Weiß man jetzt nicht, was der eine davon gehabt hätte Aber auch schon unser Niveau So ungefähr Na gut Ich muss einfach ein bisschen mehr Mühe geben in Zukunft Wird schon werden Ich hoffe mein AIM kommt irgendwann wieder Ich kriege demnächst eine neue Maus Schauen wir mal Ich bin NeinHautereien Es hat echt Spaß gemacht Auch wenn es kurz war Und wir sehen uns dann im nächsten Video Wie gehabt Ich hoffe, dass ich das auch schaffe Sonntags die Videos raus zu bringen Und Ja So weiter zu machen Also bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann